Agnes von Weiblingen aus der Familie der Salier war Herzogin von Schwaben und Markgräfen von Österreich. Sie war die zweite Tochter des Salier-Kaiser Heinrichs IV. und der Börter von Turin. Ihr Bruder war Kaiser Heinrich V. Den Namen hatte sie von Agnes von Poitou, ihrer Großmutter, Ehe mit Friedrich I. Als Siebenjährige wurde sie am 24. März 1079 mit dem ersten Staufer Herzog Friedrich I. von Schwaben verlobt. Ihr Vater Heinrich IV. wollte Friedrich einen seiner wichtigsten Mitstreiter durch diese Verlobung und durch die gleichzeitige Erhebung Friedrichs zum Herzog von Schwaben eng an sich binden. Agnes wurde Stammmutter der Staufer, die später ihren Anspruch auf die deutsche Königskrone mit der Abstammung von den Salien begründeten. Neben den Söhnen Herzog Friedrich II. und Konrad III. ist eine Tochter Gertrud nachweisbar, die Hermann von Staleg heiratete. Eine weitere Tochter soll Bertrada sein. Diese und weitere Angaben über Kinder, die Hans-Martin Decker-Hauf aufgrund von ihm gefälschter Leucherquellen machte, haben sich als Fantasieprodukte erwiesen. Ehe mit Leopold III. Nach dem Tode Friedrichs 1105 wurde sie durch ihren Bruder, den späteren Kaiser Heinrich V., mit dem Babenberger Markgraf Leopold III., von Österreich verheiratet. Dies war der Dank dafür, dass sich Leopold im Herbst 1105, als sich Heinrich gegen sein Vater Kaiser Heinrich IV., erhoben hatte, zusammen mit seinem Schwager Herzog Borivoi von Böhmenfahnen flüchtig von der Seite Heinrichs IV. auf die von dessen Sohn schlug. Dadurch wurde die Lage des alten Heinrichs aussichtslos, er musste fliehen und starb 1106 als Gejagter in Lüttich. Durch Agnes wurde eine enge Beziehung zwischen Staufern und Babenbergern begründet. Die über 30 Jahre alte Agnes soll weitere 18 Kinder geboren haben. Möglicherweise stammen einige dieser Verbindungen zugesprochene Kinder tatsächlich ihrer ersten Ehe bzw. der ersten Ehe von Leopold. Namentlich bekannt aus ihrer zweiten Ehe sind folgende Kinder, Heinrich II., Jasomir Gott, Pfalzgraf Bayrein, Markgraf von Österreich, Herzog von Bayern, Erste Herzog von Österreich. Lemniskarte I., 1142, die kaiserliche Prinzessin Gertrud, einzige Tochter Kaiser Lothars III., Lemniskarte II., 1149, Theodora Komnena, Prinzessin von Byzanz, einer Nichte des Kaisers Manuel I., von Byzanz Leopold IV., Markgraf von Österreich, Herzog von Bayern, Lemniskarte 1139, Maria von Böhmen, T. V., Sobislafi, Herzog von Böhmen und der Adlieter Prinzessin von Ungarna, D. H., Der Arpaden Otto von Österreich bekannt als Otto von Freising, Bischof von Freising und Historiker Jutta von Österreich, Lemniskarte Liutold, Graf von Plain, Agnes von Österreich, Lemniskarte 1125, Wladyslaw II., Prinz von Polen, Herzog von Schlesien, Judith von Österreich, Lemniskarte 1133, Wilhelm V., Der ältere Markgraf von Montferrat 1191, aus dem Haus der Alamiden, Konrad von Österreich, Bischof von Passau, Erzbischof Konrad von Salzburg, Punkt. Gertrud von Österreich, Lemniskarte 1140, Wladyslaw II., 1140, Herzog von Böhmen, König von Böhmen, 1174, Elisabeth von Österreich, Lemniskarte 1142, Graf Hermann II., von Winzenburg, 1123, Maggraf von Meißen, Landgraf von Thüringen, Bertha von Österreich, Lemniskarte Heinrich III., Burggraf von Regensburg, Vogt von Sankt, Emmeramm und Prüfening, Graf im Donaukni und an der unteren Altmühl begraben ist sie ebenso wie ihr zweiter Mann Leopold III., Der später heilig gesprochen wurde in einer Gruft unter dem ehemaligen Kapitelsaal des Augustiner Chorherrenstifts Kloster Neuburg. Der heutigen Leopoldskapelle mit dem Vertuneralter, links neben dem Gitter der Kapelle, führt eine Treppe hinunter in die öffentlich nicht zugängliche Gruft. Im Jahr 1894 wurde in Wien Döbling die Agnesgasse nach ihr benannt. 2009 wurde der ehemalige Welfenplatz südlich des Stifts in Hohenstaufenplatz umbenannt und eine Stauferstehle eingeweiht, die an Agnes erinnert. Punkt, 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 Punkt